Was wir hier vor uns sehen, das ist die früheste Geschichte aus der Bronzezeit. Etwa 1600 bis 1800 vor Christi befand sich hier eine Siedlung der Nurade Nulagu, der Bevölkerung oder der Urbevölkerung. Und was noch hier erhalten ist mit den riesigen Steinquadern, das ist ein Grab und vermutlich das Grab nach der Ausstattung eines Königs oder wie man auch damals sagte, eines Häuptlings. Das eigentliche Grab. Und das große Rätsel ist, wie hat man diese Tonnen schwere Quader oder Steine aufgerichtet von menschlicher Hand. Denn Hilfsmittel wie Kräne gab es nicht. Und das ist der Eingang, den man nur kriechend passieren könnte, allein aus Ehrfurcht und religiösen Gründen. Die Petr 음악 und Jen Corporation Die Rätsel im Amen Herns Buchimus Buchimus llamene Buchimus Buchimus Martial Buch-Holtz Buchimus we Buchimus 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 Vielen Dank.